Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wir besprechen daher zunächst einen Film, der in den Staaten bereits ins Kino kam und nun im deutschen Heimkino aufschlägt. Die Rede ist vom Reboot der The Wrong Turn Reihe. Die haben wir uns angucken können. Wir sind in dem Fall Boris, Patrick und ich. Wir drei Hübschen haben die Gelegenheit genutzt, den Film für euch besprochen und das ist ganz lustig geworden, was aber sicherlich am Film lag. Es folgt die Besprechung des Dokumentarfilms Wirecard, beziehungsweise ein Film, der eigentlich einen voll langen Titel hat. Wirecard, die Milliardenlüge. Jetzt reden die, die schweigen sollten. Das Ding hat schon vorab für ein bisschen Furore gesorgt und in dem Fall waren es der liebe Dom als auch der liebe Boris, die das Ding für euch besprochen haben. Die haben auch an so einer Pressekonferenz teilgenommen. Ich bin mir sicher, dass das sehr erhellend geworden ist. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung der Jurassic World Animationsserie, die wir aktuell auf Netflix finden können. Die haben sich unsere Paläontologen des Teams drangesetzt und das Ding für euch besprochen. Wir sind also Till, Patrick und René, die nicht genug davon kriegen könnten und so richtig viel Zeit mitgebracht haben, um das Ding für euch auseinanderzunehmen. Ich wünsche euch generell total viel Spaß bei unserer Filmbesprechung und fände es voll toll, wenn ihr mal in die Shownotes schaut. Der Telestammtisch ist ein Podcast, der im Monat 100 Euro kostet und diese 100 Euro tragen wir selbst. Wenn ihr uns dabei unterstützen möchtet, das so ein bisschen auf einfach sichere Basis zu stellen, dann nutzt die Gelegenheit, in den Shownotes auf den Paypal-Me-Link zu klicken oder uns via Buy-Me-A-Coffee ein paar Cent zukommen zu lassen. Es wäre voll toll. Leute, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Wrong Turn, The Foundation. Das ist ein Film, der gehört in eine Reihe rein, die, glaube ich, schon ganz viele Teile hat. Und ich habe den Film heute gesehen und ich sage mal so, ich war nicht ganz nüchter und ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob ich nicht vielleicht in die falsche Richtung abgebogen bin, als ich diesen Film gesehen habe. Glücklicherweise bin ich, der Andi, hallo, jemand, der den Film nicht ganz alleine besprechen muss. Ich habe total professionelle Unterstützung vom Boris und vom Patrick. Hi. Servus. Hi. Na ihr, seid ihr richtig abgebogen bei der Sichtung des Films? Ich glaube nicht. Nicht wirklich. Ich habe mich verlaufen. Wirklich. Im Gegensatz zu mir habt ihr beide offensichtlich total Plan von der Reihe. Das ist wohl schon irgendwie der siebte Teil einer Reihe und gleichzeitig irgendwie auch sowas wie ein Reboot. Und wer von euch beiden kennt sich denn da so ein bisschen besser aus? Ja, dann mache ich es. Gib dir. Das Ganze hat begonnen 2003 mit dem allerersten Wrong-Turn-Film. Damals mit Eliza Duschko in der Hauptrolle. Bekannt oder auf ihrem Höhepunkt ihrer Karriere durch Buffy im Bann der Dämonen und Angel. Dadurch dann auch die Hauptrolle oder die Protagonistin gespielt in dem 2003 Wrong-Turn. Sondern dann kamen mehr oder weniger ansehnliche fünf weitere Fortsetzungen. Bis Teil sechs ging die ganze Sache. Das wurde leider auf Dauer immer schlechter. Es ging dann am Ende nur noch um den Gore-Faktor. Die Story war, naja, sei mal dahin. Die ist definitiv falsch abgebogen. So, jetzt hat Mike P. Nelson 2021 gedacht, ja, wir machen Wrong-Turn-Reboot. Im ersten Moment klang das ganz interessant, meiner Meinung nach. Im Prinzip, es hat einen komplett neuen Bereich ergründet, sagen wir es mal so. Oder was heißt neu? Ich denke mal, solche Sekten etc., die gibt es schon das eine oder andere Mal in irgendwelchen Filmen. Es beginnt eigentlich so wie fast alle Filme aus der Wrong-Turn-Reihe. Ein paar Jugendliche sind unterwegs irgendwo im Wald. Mitten im tiefsten Amerika, diesmal in Virginia, am Arsch der Welt. Und werden natürlich wieder darauf hingewiesen, bitte nicht den Weg zu verlassen. Da ist auch noch gar nicht so sicher, um was es da eigentlich wirklich geht. Da wurde auch am Anfang noch nicht direkt von dieser Foundation gesprochen, von dieser Sekte. Aber natürlich, sie müssen ihren Weg verlassen. Sie haben wieder mal kein Netz in Amerika. Die Satelliten decken nicht alles ab dort anscheinend. Und sie treffen dann auf die sogenannte Foundation. Das sind Überlebende oder Nachfahren der Kriege zwischen den Süd- und Nordstaaten. Die sich da irgendwo, die nicht mehr zufrieden waren, nicht mehr happy waren. Und die gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr auf den ganzen Käse. Sie gründen jetzt eine eigene Gesellschaft mitten irgendwo in der Pampa. Was dabei rauskommt, sieht man dann in Wrong-Turn. Und was man mit den Menschen dann so alles anstellt und mit den Eindringlingen sieht man dann dort auch. Bevor wir jetzt auf die eigentliche Handlung zu sprechen kommen. Sag mal, Patrick, wir sitzen, aussteht das jetzt inhaltlich in irgendeiner Verbindung zu den ersten sechs Teilen? Überhaupt nicht. Aber diese Story-Grundgerüsts aus den ersten sechs Teilen haben die auch übernommen. Also da wird man wieder falsch abgebogen. Da hat man jetzt unsere geschätzten Inzuchthitler, Hinterwäldler mit einer Sekte ausgetauscht. Aber ansonsten ist vieles beim Alten geblieben. Story-technische Überschneidung gibt es trotzdem keine. Okay, alles klar. The Wrong-Turn, The Foundation kommt jetzt ganz aktuell am 22. Mai 2021 auf Sky raus. Wir hatten vorab die Gelegenheit, den Film zu sehen und für euch zu besprechen. Diese Gelegenheiten haben wir uns nicht entgehen lassen wollen. Ist so ein Horrorfilm, von dem ich also offensichtlich gar keinen blassen Schimmer vorher hatte. Ich habe Folgendes erwartet und vielleicht auch bekommen. Ich habe mir gedacht, okay, The Wrong-Turn, den habe ich ganz dunkel irgendwie vor zehn Jahren schon mal irgendwie irgendwo gesehen. Irgendeinen dieser alten Teile. Offensichtlich geht es um junge Menschen, die ja scheinbar den falschen Abzweig im Wald nehmen und dann irgendwie gemetzelt werden wollen. Das wissen sie auch ziemlich genau. Dann treffen sie ein paar dumme Entscheidungen, treffen auch Menschen, die nicht so wohlgesonnen sind. Und das Ganze erst geht in einem ganz total schlimmen Finale. Und ich sage mal so, exakt das ist auch passiert. War da sonst noch irgendwie was, auf das ihr euch gefreut habt? Boris, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich bin ja schon ein bisschen mit dieser Wrong-Turn-Reihe vertraut. Und ich hatte mir eigentlich doch wieder irgendwie die Hillbillies hergewünschen. Weil das war ja so die Phase, wo dann, also ich bin ja eh so ein Splatter-Gore-Fan. Und trotz allem kann ich auch den schlechten Teilen irgendwo immer so ein bisschen was Gutes abgewinnen. Und seien es nur die Effekte, obwohl die leider auch schlechter geworden sind dann im Laufe der sechs Filme. Ich hatte dann doch irgendwo ein bisschen so diese Hillbillies, Hinterwäldler erwartet. Ja, dem ist leider nicht so ganz. Also es sind keine schwer deformierten, verrückten Personen. Es sind diesmal wirklich einfach nur, ja, die Nachfahren von Kriegsgeschädigten, die irgendwie auch mit aller Macht versuchen, da ihren, den Krebs auszuradieren und alles Mögliche. Ich glaube, einer der Lichtblicke, wo ich hatte, war Matthew Modine als Schauspieler. Ja, der auch relativ ganz direkt am Anfang reinschneit ins Geschehen, der den Vater von Jess Shaw spielt, die gespielt wird von Charlotte Vega. Hier kennt man, ja, Matthew Modine kennt man eigentlich von Full Metal Jacket als Private, wie heißt der, in Full Metal Jacket? Ich glaube Private Paula oder? Nee, nee, Private Paula war der Dicke, der sich selbst erschossen hat. A Joker, Private Joker. Ja. Ach. Ja, war Private Joker in Full Metal Jacket. Damals eigentlich überzeugend gespielt. Hier spielte er seine Rolle eigentlich auch gut, aber ich wurde nicht warm. Ich finde, der Handlungsstrang von Matthew Modine bremst diesen Film auch noch irgendwie ziemlich aus, also er sucht nach den Kindern und während die wirklich Schritt für Schritt aufpassen müssen, dass die nicht in irgendeine Falle gehen, um gemolchelt zu werden, da stolpert der wirklich durch die Pampa und ihm passiert relativ wenig, was das Ganze halt ein bisschen unglaubwürdig macht und ein bisschen aufgesetzt. Wenn dieser Handlungsstrang mit den Kindern hätte gereicht, finde ich, auch wenn er schauspielerisch so ein Lichtblick war, ich habe mir halt einen neuen Anstrich erhofft, weil er immer geworden wurde auch, ja, der soll ein bisschen wie so Hand sein. Also dieser Film, der letztes Jahr auf Netflix erschienen ist, auch mit so einer Sekte, wo sie ein bisschen Farm der Tiere nachgespielt haben, mit Gewehren und ein bisschen gegen die Trump-Regierung geschossen haben. Dieser Aspekt hat mir komplett gefehlt. Diese Freude auf diese Sekte, die ist relativ schnell gewichen. Ich hatte da so ein bisschen sogar den Scooby-Doo-Effekt. Also wenn bei Scooby-Doo diese hässlichen Monster entmaskiert werden und du merkst halt, ach ja, so schlimm ist es ja gar nicht mehr. Ja, und dieses Gefühl hatte ich auch hier bei Wrong Turn The Foundation, dass das war einfach nicht mehr dasselbe und es wirkte relativ ereignisarm mit der Auflösung dann. Alles klar, ich merke schon, wir haben hier ungefähr alle dieselbe Stoßrichtung, aber lass uns vielleicht noch ein bisschen Struktur in diese Besprechung hineinbringen. Wir sollten vielleicht ganz grob zumindest diese Story anreißen, die ihr offensichtlich schon vorhergesehen habt. Mir war sie insofern neu, wobei irgendwie auch nicht richtig, also so richtig überrascht hat sie mich jetzt nicht. Es gibt also offensichtlich diese Geschichte dieser jungen Menschen. Diese jungen Menschen kennen sich irgendwie, die sind alle so ein bisschen hip. Da ist natürlich das homosexuelle Pärchen dabei, da ist ein bisschen das frisch verlobte Pärchen dabei. Da ist glücklich verliebte Pärchen dabei mit unserer, wenn man so will, Protagonistin der jungen Frau, die gespielt wird von Charlotte Weger, die ihr jetzt schon erwähnt hattet. Und letztlich spielt so deren Geschichte, man kann den ganzen Filmen letztlich in so Drittel unterteilen. Im ersten Drittel lernen wir so ein bisschen diese Geschichte kennen von diesem jungen Team an jungen Freunden. Die wollen einen Ausflug machen, sich vielleicht selbst kennenlernen und offensichtlich wollen die wandern gehen. Weil wandern genau das Ding ist, das man in den Staaten wohl so macht. Wenn man sich selbst finden möchte, dann gehen die wandern und dann sind die wandern und natürlich eskaliert es irgendwann und sie gehen eben vom Weg ab, treffen darauf die Menschen, die denen nicht so wohl gesonnen sind. Das Ganze mündet dann, wenn man so will, in der Siedlung dieser Foundation, also dieser Sekte. Und im letzten Drittel gibt es dann die große Auflösung mit der Geschichte des Vaters, unserer Protagonistin. Dieser Vater wird ganz zu Beginn des Films schon kurz eingeführt und am Ende des Films muss er sich eben auf die Suche nach seiner Tochter begeben und dann gibt es nochmal den großen Showdown. Und das ist irgendwie so eine Sache, die hat man in wenigen Sätzen zusammengefasst und damit kennt man auch den kompletten Film, der so insgesamt so gar keine Überraschung bietet. Und das ist so ein Film, den habe ich, also ich will mal kurz, mach keinen Hehl draus, ich bin gerade bei Kumpels, wir haben ordentlich einen getrunken, haben uns diesen Film gegönnt, wo ich mir dachte, hey geil, Film, Action, Total, Truller, Slash, hast du nicht gesehen und so. Aber es ist über weite Strecken eine Ansammlung an What-the-Fuck-Momenten, die immer im entscheidenden Moment wegblendet. Gerade dieser Blätter-Moment, den gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Also es gibt ihn schon irgendwie, er wird angedeutet, aber immer wenn der Moment ist, wenn der Pfeil gerade in den Kopf eindringt, wenn der Baumstamm auf den Kopf aufschlägt oder irgendwelche Leute erblinden, weil ihnen irgendwelche glühenden Eisenstäbe in den Kopf gerammt werden, da wird gerade die Kamera praktischerweise kurz weggeblendet und das macht es irgendwie zu einer ziemlichen Enttäuschung für mich. Für jemand, der gar nicht mal so mit dem Horror-Genre vertraut ist, jetzt Boris, bei dir scheint das offensichtlich anders zu sein. War das in den anderen Filmen denn irgendwie anders? Ja, definitiv. Also auf eine Sache möchte ich vorher noch eingehen. Du hast ja natürlich jetzt nicht nur das schwulen Pärchen, sondern du hast mitten in Virginia, also im tiefsten Süden der USA, hast du auch noch eine weiße Frau mit einem farbigen Mann. Ja, was natürlich dort auch gleich für massives Aufsehen sorgt und was auch mal kurzzeitig so thematisiert wird, was auch mittlerweile so ein bisschen gang und gäbe ist, diese, ja, differenzierte Kulturalität und so weiter einfach in jeden Film mit einfließen zu lassen. Ähm, das kommt da auch auf jeden Fall vor und vor allem halt durch den Süden in Amerika mit den Südstaatenflacken etc. ist alles da, was man so will. Die alte Reihe ist halt dadurch wirklich geprägt, dass die, dass die Gewaltdarstellung natürlich sehr, sehr detailliert und sehr genau ist. Ähm, nicht umsonst sind, äh, ich glaub, alle Teile außer der erste, der erst sogar ab 16, ja, der, der damals von 2003. Hast du mich wundet? Ja, gut, so brutal war er jetzt dann auch noch nicht. Erst ab Teil 2 ging's dann richtig los und alle weiteren 5 Teile sind, ähm, zumindest in der Unrated-Version, also in der absolut ungeschnittenen Variante, äh, indiziert in Deutschland, ja. Und, äh, nicht auf dem öffentlichen Markt zu erhalten. Ähm, und daher ist es dann doch schon so ein kleiner Stilbruch. Ja, also ich weiß nicht jetzt, ob's am, 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 am Regisseur lag oder ob das von vornherein einfach so war, dass man sagt, okay, wir machen zwar Gewaltdarstellungen überall, wo man auch liest, Wrong Turn 2021, ja, The Foundation, brutaler Schocker-Horror und sowas. Also, es tut mir leid, dem kann ich nicht so ganz zustimmen, weil so wie du erwähnt hast, immer in diesen Momenten, wo's dann knallt, ist die Kamera einfach mal schnell weg und man sieht im Prinzip nur den, 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 den Start dieser Aktion und, äh, das Resultat. Ja, aber genau das erwarte ich eigentlich in, 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 in Splatter, also ich weiß nicht, was, wo der Film hin soll. Ist es jetzt ein Horror-Splatter-Film, soll er so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen zurück in die 80er sich wieder einversetzen, ja, wo grad in den 70er, 80ern mit den, Kannibalen-Filmen mit den, mit Jason, mit Freddy, Halloween und so weiter, äh, wo richtig Splatter angesagt war und wo alles nur, um Gottes Willen, gib ihm, gib ihm, gib ihm, noch brutaler, noch weiter, noch tiefer und, äh, was soll er jetzt, soll er jetzt so eine Nostalgie, einen Nostalgie-Wert besitzen oder eher, oder soll er wieder, ja, die jüngere Generation ins Kino locken, ich mein, FSK 18, weiß nicht, ob der dann freigegeben, ob der dann überhaupt geprüft worden wäre, äh, wenn, wenn, wenn man alles gesehen hätte, aber so brutal. Na ja, war er nicht, war er jetzt nicht unbedingt. Ey, ich kann dir da in dem Punkt wirklich zustimmen, also, die Reihe ist bei mir auch so ein bisschen guilty pleasure, hab ich immer mit Kumpels und ein bisschen Alkohol geschaut, und ich war überrascht, wie sehr mich die Reihe unterhalten hat. Das ist so ein bisschen wie Sharknado, man weiß, worauf man sich einlässt, es ist stumpfer Mist, aber es macht mit Kumpels und Alkohol Spaß. Gerade wenn man auf Slasher steht, ist das bei mir mit auf einer Ebene mit den Hatchet-Filmen, auch natürlich mit Hinterwäldlern, und die Hinterwäldler haben irgendwo noch so eine bedrohliche, ekelhafte Komponente in die Filme reingebracht, da wurde dann auch die Kamera wirklich nicht weggezogen, da hat man draufgehalten, und da hat man teilweise auch neben den ganzen Splatter-Effekten wirklich ekelhaftes Inzuchtzeug gesehen, also Abtreibungen und so, wo du dachtest, ach, geht das jetzt ein bisschen zu weit? Genau. Und was den Film dann einfach auch zum Kult gemacht hat, egal ob es Jason und so weiter sind, das sind einfach diese Holy-Shit-Moments, wo man mit den Kumpels, so wie du es jetzt auch gemacht hast, einfach da sitzt, man ballert ein paar Bierchen rein, man holt vielleicht auch mal den Whisky vor und so weiter, und dann will man stumpfes, stupides Zeug schauen, man will nicht großartig nachdenken, ich will keine Dokumentation oder keine philosophischen Filme anschauen, wo tiefgründig und was weiß ich über die Welt diskutieren, sondern ich will einfach, gib ihm. Und das hatten die anderen, und das hatte einen gewissen Charme, weil jedes Mal, wer kennt das nicht mehr, dann sitzt man mit seinen Kollegen, und dann kommt so ein Moment, wo, was weiß ich, so wie du es gerade erwähnt hattest, ja, dieses Inzucht, die eine Tussi da von den Hinterwäldern hat das Gesicht von dem Opfer abgeschnitten, sich draufgelegt, der andere vergewaltigt die, und dann denkt man nur so, what the fuck, ja, und das hat trotzdem irgendwo, man hat es nicht ernst genommen, ja, es war auch nicht ernst gemeint, es war einfach nur, einfach sich übertrumpfen, ja, und das hatte so einen gewissen Charme, und das fehlt dem Film, weil auf der einen Seite will er das Alte zeigen, ja, zeigt es dann aber wiederum doch nicht, er vermischt unfassbar viel, was 2021 einfach immer wieder da ist, dieses Kulturelle, das Homosexuelle, und so weiter. Er will also auch politisch sein irgendwo, ja, also auch eine politische Note haben, was finde ich gerade in Slasher-Filmen eigentlich so ein No-Way ist in meinen Augen, ja, Slasher-Filme sollen nicht politisch sein, das ist mir egal, was der Schauspieler oder der Darsteller ist, und er will auch wieder was Neues erfinden, das tut er auch nicht wirklich, ja, weil die Sekten-Filme haben er jetzt auch nicht unbedingt nur einen im Regal, ja, also, da fehlt einfach was. Der schlimmste Punkt, den ich finde, ist, dass dieser Reboot arg glatt gebügelt und weichgespült wirkt, obwohl er Ansätze hat, krasser Shit zu sein, aber immer dann, wenn man es sein könnte, zieht man im letzten Moment halt den Schwanz ein. Jungs, ich möchte euch jetzt einladen, einfach, glaube ich, zu einem großen finalen Fazit, denn ich denke, wir haben hier durchaus irgendwie irgendwie alles auch schon gesagt. Ich würde mich an der Stelle mal gern vordrängeln, als jemand, der die Reihe jetzt nicht sonderlich gut kennt, der trotzdem enttäuscht ist, obwohl er mit, wie gesagt, dem Horror- und Slasher-Genre gar nicht so, ja, vertraut ist, das ist ein Film, der enttäuscht, und zwar auf ganzer Linie. Hier gibt es nichts, was heraussticht, sei es weder in der Explizität, noch in der schauspielerischen Darstellung oder Leistung eben, noch eben generell in der Handlung und Story. Ich finde, er ist über weite Strecken absolut vorhersehbar. Er ist in keinem Moment überraschend. Was hier der Regisseur Mike P. Nelson für uns bereithält, ist nichts, was ich in irgendeiner Form, ja, einfach empfehlen würde. Das Ganze spielt im Wald in den Südstaaten, und offensichtlich treffen hier einfach moderne Vorstellungen auf alte Vorstellungen und eben auf ganz alte Vorstellungen. Das ist ein Film, den würde ich so extra nicht wie Odie, wenn es den so gibt oder gäbe, kaufen. Und komme hier raus bei, was komme ich denn raus? Ja, gut gemeinten Eins von Fünf Baumstämmen. Ein Film, der mich wirklich, also ich weiß nicht, wie viel Enttäuschung ich in so einen Satz packen kann, aber letztlich, ich werde den, ich habe den schon wieder vergessen, glaube ich. Wie sieht denn das bei dir aus, Patrick? Ich bin da ganz beurteidig. Ich habe ja den Scooby-Doo-Effekt vorhin erwähnt. So war ich gespült, hat das in Relation zu den anderen gesehenen Teilen auf mich gewirkt. Auch aus dieser Sektenkomponente hätte man was machen können. Man hat so gar nichts draus gemacht. Ich bin ja auch ein halber Slasher-Fan, aber der Film hat mich irgendwie so gar nicht bespaßt. Ich hoffe entweder, dass sie in der Fortsetzung was aus dieser Sekte jetzt machen oder dass sie wieder zurück zu den Hillbillies kommen. Ich bleibe auch bei eins von fünf Baumstämmen. Da muss man einfach echt mal sagen, also ich bin wirklich kein Genre-Fan. Aber es gab so viele Szenen, wo ich mir dachte, gerade in Konfrontation von der Sekte zu den jungen Leuten, wenn ihr jetzt einfach mal rhetorisch ein bisschen auspackt und euch gegenseitig aufzeigt, wo eure inhaltlichen Fehler liegen, habt ihr euer komplettes Problem innerhalb von einer Minute geklärt. Ihr liegt einfach alle falsch. In dieser Szene liegt ihr gerade einfach alle falsch. Denkt mal einen Moment klar und kommt zum Punkt. Boris, wie sieht das bei dir aus? Ja, muss ich mich auch anschließen. Also mehr als Enttäuschung ist am Ende nicht zurückgeblieben und es sind auch keine wirklich Szenen in meinem Schädel gerade, wo ich sagen kann, oh, das ist, ja, was ich behalten werde. Ganz klar, einfach, frei raus, ein Stern oder ein Baumstamm. Schaut euch lieber The Hound an, der macht wirklich mehr Spaß und hat auch deutlich bessere Schauspieler. The Hound, ja. Sehr gut. Jungs, ich vermute mal, wir werden uns so schnell keine Maske über den Kopf ziehen und durch den Wald rennen, sondern einfach eine weitere Runde, keine Ahnung, ein Bierchen trinken und ein bisschen Film gucken. Unbedingt. Es war mir eine große Freude, mit euch über diesen Film zu sprechen und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Was vor 20 Jahren mal als kometenhafter Aufstieg in der weltweiten Wirtschaft begann, hat sich nach zwei Dekaden zu einem wahrhaften Wirtschaftskrimi entwickelt und damit geht es hier heute um Wirecard, die Milliardenlüge. Eine Dokumentation, ein Sky Original in Zusammenarbeit mit ARD, Arte. Wir hatten die Möglichkeit, sie vorab zu sehen und wer sind wir? Zum einen ist der Boris heute hier. Servus. Und ich, der Dom Hai. Ja, Wirecard, die Milliardenlüge erschien, soweit ich weiß, schon bereits am 20.05. bei Sky Online. Also halt über Sky Ticket. Ausgestrahlt wird sie erstmals am 27.05. auf Sky, also genau eine Woche später. Wir hatten schon die Möglichkeit, es vorab zu sehen und auch an einer Pressekonferenz teilzunehmen. Da können wir dann vielleicht mal so ein paar Sachen zu droppen, bevor wir jetzt hier wahrscheinlich sehr, sehr viel Exposition von uns geben müssen. Magst du, Boris, vielleicht ein bisschen so umreißen, worum es jetzt hier ungefähr geht? Ja, um was geht es? Es geht eigentlich um diese Riesenfirma Wirecard. Ja, Wirecard wird für viele noch ein Begriff sein, wie du auch schon erwähnt hast, das goldene Kind, wie ich es mal nennen möchte. Deutschlands goldenes Kind in der Wirtschaft zu den früheren Zeiten existiert seit 1999 und fast dort beginnt eigentlich auch dieser Film. Ja, es geht unterm Strich um diese riesige Milliardenlüge, wie auch der Titel sagt, was sich Wirecard einfach in den letzten Jahrzehnten geleistet hat, aber auch um das Versagen der einzelnen Instanzen, staatlicher Instanzen in Deutschland, überall weltweit, wo die ihre Firma aufgebaut und expandiert hatten. Aber, und das ist auch ganz wichtig, und das war auch der Produzentin Dr. Gabriela Sperl etc. und den ganzen, also der Regie, Benji und Jono Bergmann und so weiter, wichtig, dass es eigentlich nicht nur um Wirecard, also das Aufdecken der ganzen Sache geht oder das Näherbringen an den Otto-Normal-Verbraucher, sondern der zentrale Blick der Doku liegt auf den Geschädigten beziehungsweise die menschlichen Dramen, die sich dahinter abgespielt haben, der gewisser Protagonisten, aber würdest du mir, glaube ich, zustimmen, in der Hauptrolle dann, wo eigentlich alles so fixiert geht's um den Whistleblower Puff Gill und seine Mutter, ja, die Evelyn, der dann im Prinzip eigentlich alles zum Einsturz gebracht hat nach über 20 Jahren Kriminalität, man muss es so sagen, ja, Wirtschaftskriminalität und noch vielem, vielem mehr und auch, nochmal zu erwähnen, ja, dem staatlichen Versagen, ja. Ja, steckt sehr, sehr viel drin. Vielleicht nochmal kurz so allgemein zur Erklärung, was man sich unter Wirecard vorstellen muss. Long story short, Wirecard war beziehungsweise sollte so was sein, wie das, ja, einfach das deutsche Paypal praktisch, also wirklich bargeldloses Bezahlen online. Die haben angefangen, hast du ja schon gesagt, in den späten 90er Jahren beziehungsweise so Anfang der Nullerjahre mit Online-Pornografie, mit Online-Glücksspiel, also halt die Transparenz, Aktionen abgewickelt, sind dadurch, ja, immer weiter im Marktwert aufgestiegen über viele, viele Jahre hinweg. Es haben sich schon früh welche gewundert, was die für Gewinne beziehungsweise einfach für Margen erwirtschaftet haben. Zwischendurch, so Anfang der 2010er, hatte das Unternehmen, glaube ich, einen höheren Marktkapitalwert als die Deutsche Bank und es stand sogar im Raum, die Deutsche Bank zu übernehmen. Das muss man sich mal vorstellen, ein Finanzdienstleister, der Online-Geschäfte abwickelt. Dann gab es, ja, verschiedenste Querelen. Der Vorwurf der Geldwäsche stand immer wieder im Raum. Sowohl die Deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin als auch die Münchner Staatsanwaltschaft haben bei diversen Hinweisen verschiedenster Journalisten, Blogger, Whistleblower, weggesehen beziehungsweise dann eher gegen die Maßnahmen ergriffen, bis es dann letzten Endes im Juni 2020, wie wir ja alle hoffentlich wissen aus den Medien, ist es fast schon ein Jahr her, zum großen Knall kam und das ganze Unternehmen, ja, zerfiel beziehungsweise in der Börse. Ich glaube, von einem geschätzten Wert von 14 Milliarden mehr oder weniger über Nacht abstürzte. Und natürlich auch, Stichwort Milliardenlüge, sie haben mehr oder weniger 1,9 Milliarden. Puff, und die weg waren. Die nicht mehr auffindbar sind. Die nicht mehr auffindbar sind, ebenso wenig wie der Ex-Vorstand Jan Marsalek, ja, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird über Interpol und sich anscheinend momentan in Belarus aufhält. Ja, alles sehr, sehr viel. Ich muss dazu sagen, ich hatte mich da noch mal auch mal eingelesen, weil man muss sagen, diese Thematik ist unheimlich groß und diese Doku deckt es auch nicht völlig ab. Aber, und das hattest du ja auch schon zu mir gemeint im Vorgespräch, darum geht es gar nicht mal. Und das haben ja auch die Produzenten laut eigener Aussage gesagt, dass sie hier eigentlich eine Heldengeschichte erzählen wollten, mit Fokus die Geschichte derjenigen, die dazu beigetragen haben, mehr oder weniger bei den verschiedenen Beteiligten das aufzudecken und ja, diesen ganzen Skandal letzten Endes nach fast zwei Jahrzehnten höchster Wirtschaftskriminalität ans Licht zu bringen. Also die Doku kann man so gesehen, finde ich, so ein bisschen in drei Abschnitte untergliedern. Einmal so den Aufstieg, ja, the rising of Wirecard, ja. Wo auch da, also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Wirtschaftstyp, aber manchmal saß ich auch so ein bisschen vor, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ich versuche zu folgen, ja. Aber es sind so dreifindig Phasen. Einmal so diese Phase, Wirecard wird erklärt. Wo kommt der Ursprung her? Wo hatten die ihren Ursprung? Was waren auch gleich so die ersten Problemchen? Du hattest es erwähnt mit dem Glücksspiel, Online-Poker, Online-Glücksspiele, wo sie dann schon die ersten Probleme hatten, zum Beispiel in Amerika, weil es unter Bush-Zeiten dann plötzlich verboten worden ist. Genau. Dann bis zu Hausfrauen, die irgendwelche Gelder transferieren, die zu Hause so eine Ich-Gesellschaft gegründet haben für Wirecard. Ja, Briefkastenfirmen. Genau, Briefkastenfirmen und die teilweise Millionen hin und her geschoben haben, damit das sowas nicht auffällt. Ohne es zu wissen. Genau. Ja, gut. Das ist unglaublich. Wissen ist so die eine Sache, teilweise, manchmal glaube ich es nicht so ganz, aber und dann geht es, finde ich, irgendwann über in den Moment, wer immer wieder versucht hat, die Wirtschaft und die Regierungen und die Staatsanwaltschaften und so weiter immer wieder auch auf diesen Weg zu bringen. Leute, immer so handheben, so, ja, Leute, hier stimmt was nicht. Ja, also wir haben da einmal diesen Investment-Consultant, Tobias Bosler. Wir haben einen Jigger-Jicken-Blogger und Sozialpädagoge, der schon Anfang der Nullerjahre schon darauf gestoßen ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Also der hat sich ja dann sogar die Mühe gemacht und ein riesiges Baumgeflecht an die Wand projiziert, was richtig, was, also Wahnsinn, ja, mit gefühlt eine Million Strichen und Pfeilen und keine Ahnung. Dann selbst ehemalige Mitarbeiter, ja, wie auch zum Beispiel dieser ehemalige General Manager von Wirecard, Dashiell, Lipscomb, ja, haben immer wieder alle darauf hingewiesen, Leute, hier stimmt was nicht mit der Firma, ja, hier und hier habt ihr Beweise, hier und hier habt ihr Hinweise. Auch dieser Short-Seller Matthew Earle, ja, dieser, was war der, Engländer, glaube ich sogar. Ja, ja, ja. Und dann auch immer wieder diese Reaktion, ich habe es ja am Anfang gesagt, dieses goldene Kind der Bundesrepublik Deutschland. Ich meine, die Firma hat es geschafft, als erste deutsche Firma in den DAX zu kommen. Ja, ja. Und das wurde immer wieder geschützt, ja. Ob jetzt absichtlich, unabsichtlich kann ich, will ich mich auch gar nicht zu äußern. Auch da bleibt, finde ich, die Doku immer so ein bisschen, sie lassen es noch einem selbst, weil es ist halt auch nicht bewiesen, ob die Bafin die Finanzaufsicht weggeschaut hat oder nichts gefunden hat oder ob sie es schützen wollten. Das ist immer dieser Unschuldsvermutung, muss man immer noch einfach den Betroffenen einfach zugestehen. Das ist einfach so, es ist noch keiner verurteilt. Ja, und auch jetzt jeden Tag neue Bomben, die platzen im Sinne von Wirecard und neue News und alles Mögliche. Und solange man einfach auch noch nicht alle Protagonisten oder alle wichtigen Leute von dieser Firma hat, du hattest ja schon Marsalek angesprochen oder Marsalek, wir haben einen Ido, der ein großes Tier in Singapur war. Also bisher ist ja nur Markus Braun der eigentliche Gründer der Firma und wie heißt er, Bellahain? Bellenhaus, Oliver Bellenhaus. Die sind beide momentan in U-Haft durch die Münchner Staatsanwaltschaft, genau. Richtig, das sind ja aber nur zwei. Genau, und Jan Marsalek, der die größte Scheiße jetzt wirklich sprichwörtlich aufgestaut hat, also da kann man sich auch gerne mal den Beitrag vom ZDF-Magazin Royale ansehen, wo Jan Böhmermann mal so überschlagt sein, natürlich in seiner typischen Art und Weise, aber trotzdem sehr, also auch in Zusammenarbeit tatsächlich mit dem Handelsblatt aufarbeitet, was der Kerr so auf dem Kerbholz hat. Aber ganz ehrlich, wenn das hier reingekommen wäre, über den Kerr kannst du wahrscheinlich in ein paar Jahren einen eigenen Film drehen. Also wirklich, das ... Also die 90 Minuten geht ja ungefähr diese Dokumentation. Und das ist auch die erste Dokumentation in diesem Stil von Sky. Wie du ja auch erwähnt hattest, wir waren am Donnerstag, dem 20.05. hatten wir die Ehre, danke nochmal hier in dem Sinne an Sky, an dieser Pressekonferenz teilzunehmen, wo wirklich alle vertreten waren, die Rang und Namen in diesem Film hatten. Also wir hatten einmal den Whistleblower Puff Gill. Man konnte ihn wirklich mal selbst sehen und mit ihm reden. Wir hatten die Produzentin natürlich, Dr. Gabriela Sperl. Wir hatten die Regie, Benji und Jono Bergmann, die eigentlich sehr unbekannt im Doku-Film-Fernsehwesen sind. Ja, unbeschriebene Blätter, würde ich schon sagen, fast. Genau. Das sind zwei Newcomer aus Österreich, die hier aber wirklich einen soliden Job gemacht haben. Absolut. Alleine, dass man sich überhaupt an das Thema rantraut und dann das auch im Schnitt zu bewältigen. Also Respekt dafür, ja. Also denen wird auch ab und zu mal der Kopf geraucht haben. Wir haben Markus Amon gehabt, der Senior Vice President von Sky. Wir hatten die Martina Zöllner dabei, ne? Ich glaub, die war nicht dabei. Die ist vom RBB. Die war, glaub ich, nicht dabei. Aber erst mal Respekt tatsächlich an Sky, dass sie natürlich auch in Zusammenarbeit das Ganze geschultert haben. Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, dass mal von einem Pay-TV-Sender sowas hier kommt. Auch wirklich gut und hochwertig produziert. Das muss man auch sagen. Natürlich auch mit nachgestellten Szenen. Du hattest ja gerade schon diesen, weiß ich nicht, investigativen Zusammenhangsbaum dieses Bloggers erwähnt. Das ist natürlich alles nachgestellt. Das wirkt aber jetzt nicht reißerisch und macht es durchaus vorstellbar. Auch schön mit Grafiken untermalt, dass man sich das halt einfach ein bisschen herleiten kann. Weil es ist nun mal einfach wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich muss aber sagen, so als Otto-Normal-Zuschauer, also man fühlte sich nie überfordert. Ja. Und der Film setzte auch nicht zu viel voraus. Und das ist ein großer Pluspunkt. Ich meine, wer jetzt nicht wirklich irgendwelche Aktien hat oder wer nicht in diesem Finanzloch, wo ja selbst kaum noch einer durchblickt, was zu tun hat, für den denkt man im ersten Moment, könnte mich sowas überfordern. Könnte mich das Thema Wirecard, weil es wirklich, wir reden hier über zwei Jahrzehnte, absoluten Betrug. Wenn das alles stimmt, was jetzt aufgezeigt worden ist und auch ich verfolge das Thema ja auch in den letzten Jahren oder auch schon früher immer mal wieder. Aber es ist wirklich für den ganz normalen Otto-Normalverbraucher einigermaßen wirklich verständlich dargestellt. Nicht zu übertrieben, nicht überpast, nicht unterpast. Es wird auch erklärt, was der ein oder andere in dieser Firma oder als Kritiker und so weiter zu tun hatte. Was ist er? Ja, ich meine, nicht jeder weiß sofort, was ist ein Short-Seller? Das sind auch so Finanzbegriffe, wo erst mal, selbst ich in dem ersten Moment dachte so, was ist ein Short-Seller? Da wird auch kurz drauf eingegangen. Also es ist wirklich gut gemacht. Und man will auch mit dieser Doku definitiv das jedem näher bringen, das Thema. Und dass da ein ganz, ganz riesengroßes Versagen dahinter steckt. Und dem sind sie definitiv nachgekommen. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem schaffen sie es den Leuten, die eben halt im Hintergrund dazu beigetragen haben. Also allen voran halt Puff Gill und seine Mutter Evelyn aus Singapur. Puff Gill, der ja mehrere Jahre lang für Wirecard tätig war, der auch so mit einer der Ersten gewesen sein dürfte, der über Unregelmäßigkeiten im eigenen Unternehmen gestolpert ist. darauf hingewiesen hat. Und dann, ja, vor allem zeigt die Doku auch sehr anschaulich, was so für Methoden angewandt werden, um missliebige Leute zum Schweigen zu bringen beziehungsweise unter Druck zu setzen. Ob es jetzt dieser Preisboxer Armit Oehner ist, der mal bei einem Journalisten vorbeigeschickt wird. Ob es die Münchner Staatsanwaltschaft ist, die man anderen Bloggern, Journalisten auf den Hals hetzt. Es wurde systematisch, wurden die Leute fertig gemacht. Ja, wirklich, absolut. Also vor allem auch, wie die Mutter dann auch, also jetzt von Puff Gill, wie die, ja, wie sich das selbst auf deren Alltag ausgewirkt hat, auf deren Tagesabläufe etc. 50 Millionen Euro soll Wirecard beziehungsweise Jan Masalek in die Hand genommen haben, um Leute zu überwachen, international teilweise auch. Also es ist ein riesen Korruptionssumpf. Und der erstreckt sich bei Weitem nicht nur auf die eigentlichen Hintermänner. Und das finde ich auch schön bei der Doku, auch wenn es da ein bisschen oberflächlich bleibt. Aber diese Doku sagt nie, das und das sind die Schuldigen. Und alle anderen haben von nichts gewusst. Es ist ja hier, also es kommt wirklich so viel aufs Tablett. Und ich denke, dass da auch noch jetzt gerade aktuell durch den Untersuchungsausschuss, sei es jetzt im Hinblick auf die BaFin oder auch auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hier leider gar nicht irgendwie zum Tragen kam, dass da noch sehr viel aufs Tablett kommen wird und dass das auch weitreichende Folgen haben wird. Also jetzt gerade aktuell im Prozess kann man mal kurz sagen, der Insolvenzverwalter von Wirecard hat jetzt schon angedeutet, dass einige Aktionäre beziehungsweise ehemalige Aktionäre ja möglicherweise für die ganze Misere noch zur Kasse gebeten werden. Für die Kriminalität anderer darfst du dann blechen. Ja, es ist, also wirklich, das, also das, das muss ich auch loswerden. Also es gab so, ich hatte so zwei Gefühle. Ja, ich meine, wir machen ja jetzt hier den Podcast und wir sollen ja auch unsere eigenen Emotionen gern mit reinbringen. Ich hatte so zwei Gefühle, die sich so durchweg immer, finde ich, da ganz, diesen ganzen 90 Minuten so, ja, so ergeben haben. Einmal war das absolute Fassungslosigkeit. Ja, also so genau wusste ich es auch noch nicht, was da passiert ist. Das eine oder andere hat man ja ... Das Ausmaß, das Ausmaß, das schockt einen. Genau, und da kratzen wir ja nur an der Oberfläche. Ja. Also ich wusste manchmal nicht, soll ich schreien, weinen oder einfach nur noch lachen, ja. Weil da wirklich, da wurden Zahlen manchmal rumgeschmissen, ja, Gelder, wo ich mir denke, ach du Scheiße. Ja, und auch so offensichtliche Verfehlungen, egal von welcher Seite, ja, oder offensichtliche Fehler, also wurden gemacht, wo man sich einfach nur denkt, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja. Und dann leider, ja, aber wie gesagt, also es ist nochmal wichtig zu erwähnen, der zentrale Blick liegt bei dieser Doku bei den Geschädigten. Ja. Und das merkt man einfach, aber das ist auch das Gefühl, was ich hatte, ja. So wie du gerade Olaf Scholz erwähnt hast, ja, den Finanzminister und so weiter. So könntest du etliche Firmen, Personen, die auch in der Serie, also das sind ja gar nicht alle genannt worden. Nein. Ja, aber selbst die, die genannt worden sind und erwähnt worden sind, du fragst dich immer, ja, was ist denn mit denen, warum wird da nicht näher drauf eingegangen? Auch zum Beispiel in diesem Interview, in dieser Pressekonferenz, was wir hatten, waren oft auch Fragen zum Beispiel aus Österreich, ja, was ist mit dem österreichischen Geheimdienst, der damit verstrickt angeblich sein sollte? Ja, die sind ja, die sind ja hier, die beiden Vorstände, sowohl Markus Braun als auch Jan Masalek sind ja auch gebürtig aus Österreich, ne? Ja. Und auch die Verbindung zur FPÖ, also zum österreichischen AfD-Pandant, ne? Also da ist noch sehr viel, sehr viel offen, glaube ich. Das ist aber auch das Problem, wenn du eine Doku machst über etwas, was sich immer während in Bewegung und im Prozess befindet, ne? Das ist so Segen und Fluch zugleich hier. Aber man hat trotz, also ich hatte trotzdem das Gefühl, so ab und zu, ha, da ist mir jetzt doch zu wenig drauf eingegangen worden, ja. Aber ich glaube, dann würde auch keine zehnteilige Dokuserie ausreichen, um das alles wirklich zu durchleuchten und wie es auch vorhin schon erwähnt, ich glaube schon, dass dem ein oder anderen aus der ganzen Produktion etc. schon ab und zu mal der Kopf auch geraucht hat, weil die mit so viel Input gefüttert worden sind. Ich meine, allein über Tobias Bosler, ja, dem Investment-Konsultant, der ja bedroht worden ist vom Ahmet Oehner, ja, diesem Box-Promoter, allein darüber kanntest du schon wieder eine eigene Doku machen, ja? Oder Jigajig, dem Blogger, der schon Anfang der, das war Nullerjahre, 2003 schon versucht hat, das alles. Also du könntest fast über jeden einzelnen, eine einzelne Dokuserie machen, ja? Ja. Und ob das dann am Ende auch wiederum interessant ist, das ist ja die andere Sache, ja? Aber so, wie sie es dargestellt haben, war's gut. Interessant? Ich muss sagen, die Machart hat mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, hast du den Film über Edward Snowden damals gesehen? Also nicht diesen Oliver-Stone-Spielfilm, sondern diese Doku Citizen Four, an die musste ich öfters denken. Nee, ich kenne leider nur den Film. Und ich glaube auch, dass man so ein bisschen in die Richtung hier schippern wollte. Ich kann, also, ja gut, also gerade dieser Untersuchungsausschuss, auch im Hinblick dann jetzt auf deutsche Gegebenheiten, kam mir nicht so wirklich zum Tragen. Aber es liegt eben, das ist eben der Sache geschuldet, dass man sich in ein internationales Publikum wendet. Und ich könnte mir vorstellen, also, ich bin gespannt, ob der Film noch irgendwie für Furore sorgen wird. Er wird ja in der ARD tatsächlich ausgestrahlt werden. Oder zumindest auf dem RBB, die ja auch mit dran beteiligt waren. Allerdings erst im vierten Quartal diesen Jahres. Wer bis dahin nicht warten will, das Ding kann man, wie gesagt, auf Sky sehen. Was wir auch noch erfahren haben, dass es auch noch weitergehen wird. Es wird zwar keine Doku-Serie geben, aber man arbeitet wohl an einer fiktionalisierten Aufarbeitung des ganzen Stoffes. Und ich denke, dass bis dahin auch noch mal deutlich mehr ans Licht gekommen ist. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Es ist sehr interessant. Absolut. Und sehr ehrenwert, dass ... Also, wirklich ... Es ist ja auch allgegenwärtig. Ja, nee, also ... Also, es ist allgegenwärtig. Du kommst ja gar nicht drum rum, wenn du ein bisschen Interesse an News etc. und so was hast, kommst du ja gar nicht um Wirecard mehr rum. Nee, tatsächlich. Also, das ist ja ... Da wird ja jeden Tag bam, bam, bam. Ja, und das wird die nächsten Jahre noch so gehen. Ja, ich bin gespannt, was sich da noch alles ergeben wird. Also, so ein Prozess, wenn da überhaupt mal ein Prozess gemacht wird, bin mal gespannt, ob wir das noch erleben werden. Ja, was man dazu noch sagen kann, und da verweist der Film ja auch drauf, warum halt keiner von denjenigen, welchen auch zu Wort kam, also halt um Stellungnahmen wurde ja gebeten seitens der Macher und da hieß es dann im Abspann, ja, dass weder gegen Markus Brau noch Bellenhaus bislang Klage erhoben wurde. Ja. Und ja, dass Jan Marsalek nach wie vor gesucht wird, das dürfte noch sehr interessant werden. Also, der wird tatsächlich wirklich, also per öffentlicher Fahndung, ich hab auch schon irgendwie in der, also nicht in der Fußgängerzone, aber auf jeden Fall so in der Stadt oder so, hat man tatsächlich schon Fahndungsplakate für den gesehen. Das ist schon sehr krass. Ja. Um noch mal zu demonstrieren, weil du ja gerade von Zahlen gesprochen hattest, der Schaden, den Wirecard global wirtschaftlich angerichtet haben soll, wird bislang auf 23 Milliarden geschätzt. Und ich glaub, das ist noch nicht das Ende. Ja, vor allem 20 Milliarden davon ergeben sich aus, ja, den Ersparnissen muss man leider sagen, zahlreiche Aktionäre, die da ihre Altersvorsorge etc. reingebuttert haben und die jetzt wahrscheinlich dafür noch finanziell zur Kasse gebeten werden. Die ihre kleine Rente reingebuttert haben, ihre Ersparnisse hart erarbeiteten und so weiter. Und die dürfen jetzt schön in die Röhre gucken, ja. Ja, es ist unfassbar. Und es sind auch schon Dramen. Ja, da wird noch einiges kommen. Ich würde sagen, wir kommen aber mal zu einem Ende, beziehungsweise zu unserem Fazit, wenn du nichts mehr hättest. Ja, also, würde ich beginnen. In was vergeben wir das? Eins bis fünf? Milliarden. Ach komm, Wirecards. Okay, Wirecards. Okay, machen wir Wirecards. Ich hätte ja schon Milliarden gesagt, aber ist okay, machen wir Wirecards. Doku hat mich auf jeden Fall überzeugt. Sie ist gut gemacht, wie schon mal erwähnt. Sie ist für jeden anschaubar, verständlich gemacht. Man muss auch nicht immer jedes einzelne Ding kapieren, wer jetzt was, also der Shortseller oder wie auch immer. Da wird keiner von uns immer gleich durchblicken. Das ist auch fast unmöglich, ohne vielleicht Wirtschaftsstudium oder was auch immer. Ja, grausam teilweise zu schauen. Ja, nicht aus Grund, weil es schlecht gemacht ist. Es ist super gemacht. Ja, aber grausam einfach die, die wie mit diesen Menschen. Und es sind ja wirklich nur fünf, sechs, die in dem Film da so eine Wichtigkeit haben. Aber wie da mit den Menschen umgegangen wurde. Ja, deswegen grausam. Ja, aber der Film ist gut. Die Geschichte ist gut erzählt. Ich muss wirklich sagen, die hat mich überzeugt. Ja, und ich gebe, weil es auch eine meiner ersten Wirtschaftsdokumentationen ist, würde ich echt zwischen vier und 4,5 Wirecards vergeben. Mhm. Ja, da kann ich mich sogar relativ anschließen. Also ich habe natürlich meine Kritik durchaus, dass manches vielleicht ein bisschen oberflächlich blieb, insbesondere auf die Gegebenheiten und Verhältnisse hier. Das ist aber eben halt dem Konzept geschuldet. Und ich muss sagen, auch zumindest das, was dann die Verantwortlichen so erzählt haben in unserer Pressekonferenz, die online stattfanden natürlich, ist mir dann doch noch mal so einiges im Nachhinein klar geworden beziehungsweise kann ich einfach gewisse Dinge akzeptieren. Deshalb bin ich auch, ja, zwischen 3,5 und 4 tatsächlich. Ist vor allem kein bisschen langatmig, ist schön, schön strukturiert erzählt, wirklich kompetent gemacht. Also selbst wenn bei einem jetzt hier immer mal die Klappe aufgehen sollte, Sky, das ist ja immer die erste Produktion dieser Art, gibt dem Ganzen wirklich mal eine Chance. Und ich bin auch gespannt auf die Reaktion, wenn das Ding dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen seit Ende des Jahres. Ansonsten eine Anschauempfehlung absolut. Definitiv, definitiv. Gut, Mensch, dann haben wir es ja durch. Hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt. Vielleicht besprechen wir dann ja auch die Serie, die irgendwann kommen wird. Das würde mich echt interessieren. Sehr gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen in Richtung ... Also die Verantwortlichen haben sich noch sehr bedeckt gehalten, wenn es darum ging, wer so dahinterstehen soll, also daran kreativ beteiligt ist. Ich könnte mir vorstellen, das ZDF hat ja auch mal so eine Produktion, ich sage nur Bad Banks. Und wenn das in die Richtung geht, dann Chapeau. Da freue ich mich dann wirklich drauf. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. War nett. Danke auch dir. Gerne wieder. Vielleicht dann zu einem Spielfilm und nichts mit Wirtschaftsverbrechen. Was nicht so harte Kost ist. Genau. Passt schon. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Einen wunderschönen guten Abend bei einer neuen Folge von Der Tele-Stammtisch. Oder wie es bei uns so schön heißt, Der Paläontologen-Stammtisch. Die Hobby-Paleontologen beim Tele-Stammtisch, das bin ich, der René. Und heute habe ich die Ehre, wie immer, mit dem Till. Moin. Und dem Patrick. Hi. Und wir reden über die dritte Staffel von Jurassic World Neue Abenteuer. Oder wie sie im Originaltitel heißt, Camp Cretaceous. So, und worum es in der Staffel 3 geht, das erzählt euch jetzt der Till. Gerne. Also, wir befinden uns natürlich immer noch auf der Isla Nubla und Darius und Co. Alle, die wir da so kennengelernt haben. Brooklyn, Kenji, Jess und, wie heißt die dicke? Entschuldigung. Ich habe es vergessen. Kenji? Nee. Brooklyn, ist ja auch egal. Die befinden sich auf jeden Fall immer noch in ihrer misslichen Lage, dass sie auch weiterhin nicht von dieser Insel runterkommen. und versuchen es mit Einstieg der ersten Folge, allererste Szene mit einem Floß. Ganz, ganz coole Szene und scheitern natürlich. Sonst wäre die Staffel vorbei. Und versuchen dann irgendwie anders weiterzukommen und entdecken, beziehungsweise kommen auf die Idee, ein Boot zu benutzen. Und zwar das Boot aus Staffel 2. Und der Knackpunkt ist, naja, es hat halt kein Benzin und so weiter und so fort. Dann geht es auch noch kaputt, um das Ganze abzukürzen. Und dann gibt es Inhalt der Gruppe wie immer Konflikte. Und sie haben es diesmal mit noch ein bisschen was anderem als dem im Dominus Rex zu tun. Und ein bisschen was anderes Hybridartiges. Und bevor ich ihr zu viel verraten würde, mache ich einfach Pause. Weil man, es gibt einiges zu spoilern, weil es diesmal mehr als bei den anderen Staffeln, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen nostalgischer, es ist irgendwie auch ein bisschen düsterer, oder? Und es werden ein paar mehr Brücken zu den Jurassic World Filmen geschlagen. Ja, genau, das stimmt. Ja, allgemein sei zu sagen, dass die Staffel anders wie die beiden davor diesmal ganze 10 Episoden mit sich bringt, die allesamt um die 24 Minuten gehen mit Abspann. Ja, fand ich eigentlich auch in den Staffeln davor eine schöne, knackige Laufzeit. Und bietet sich auf jeden Fall wunderbar dazu an, die ganze Serie durchzubingen. Und wie auch in den Staffeln zuvor, wenn man sie durchbinget, finde ich, gibt sie sich eigentlich wie so eine Art Animated Movie aus dem Jurassic Park oder Jurassic World Universum. Ja, das stimmt. Das hat sich, also trotz dessen, dass es eine Kinderserie ist, hat es sich nicht nach großartigen Längen angefühlt. Weil ich sie auch an einem Nachmittagabend dann durchgeguckt habe. Das war eigentlich ganz angenehm. Vor allem war es jetzt dieses Mal vom Vorteil, dass die Staffel 2 gar nicht mal mehr so lange zurückgelegen hat. Also man musste sich gar nicht mehr groß einfinden. Man war schon direkt wieder drin. Wie sie zurückkommen, ja, ein bisschen hat man diese erhöhte Lauflänge, also die erhöhte Folgenzahl bemerkt. Die anderen Staffeln haben sich da ein bisschen schneller bingen lassen. Hier kommt die ein oder andere Länge dazu oder so dieser ein oder andere dramaturgische Kniff, wo man denkt, ach ja, kommt jetzt damit schon wieder an. Ja, das stimmt. Es ist vielleicht einmal zu viel scheitern in der Serie. Das ist wohl gut möglich, ja. Weil es ist durchaus sehr frustrierend teilweise. Aber es wird sehr viel ausprobiert. Und eben diese Brücken, die geschlagen werden, die sind auch gelungen. Hätten sie aber sogar bei der vollen Zahl noch ein bisschen mehr bringen können. Also ich finde, da hätte auch, jetzt kann man auf eine vierte Staffel hoffen, weil dieses endgültige Bindeglied zwischen Jurassic World 2 oder 3 und der Serie sehe ich hier trotzdem noch nicht zu 100 Prozent. Ja, ich würde nochmal auf das Thema von gerade zurückkommen, dass es oft so aussieht, als würden die Kids scheitern. Und das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte an der Staffel. Weil ich finde, sobald irgendwie auch nur der Anschein entsteht, dass irgendwas positiv ist und sei es jetzt ganz banal, das Streicheln von einem Dinosaurier. Es passiert immer etwas Negatives. Und ich weiß nicht, das ist, es ist natürlich für die Kids sehr frustrierend, aber es ist, finde ich, auch für den Zuschauer zum Teil sehr frustrierend, weil man ihnen einfach manchmal auch dieses Positive gönnen würde. Und ich weiß nicht, es orientiert sich natürlich an jüngere Zuschauer, die das vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen. Aber ich finde, das ist wie so eine richtig miese Abwärtsspirale. Ja, das stimmt. Das ging mir ähnlich. Ich hatte bei der Staffel sogar mehr als in den anderen mehr das Gefühl, dass man den Kindern da gar nicht mal groß den Erfolg gönnt. Du konntest die Uhr stellen. Spätestens 30 Sekunden später oder fünf Minuten später kam dann nächste Schelle und so. Ja, ach, hättest du jetzt gern gehabt. Ich meine, es verdeutlicht natürlich auch die missliche Lage, in der sich die Kids befinden. Aber es ist halt am Ende immer noch eine Kinderserie. Und ich finde, da kann man dann halt auch durchaus mal irgendwie, auch wenn es nur, wie gesagt, dieses Streicheln von einem tollen Dino ist, einfach mal irgendwie ein bisschen Zucker reinwerfen. Es ist jetzt nicht nur das, wie wir später durch die Serie erfahren. Die Kinder haben sich jetzt mittlerweile sechs Monate auf der Isla Nuba aufgehalten. Dementsprechend haben sie auch was gelernt. Und die anderen Staffeln, da hatte man das Gefühl, dass sich dieser Lerneffekt auch ein bisschen bemerkbar macht in den Fähigkeiten, die sie sich aneignen. Zum Beispiel bei Ben, der von diesen absoluten Bacillophobiker fast schon zu einem Überlebenskünstler mutiert ist. Und hier hatten diese angelernten Fähigkeiten fast kein Bewandtnis mehr. Ja, wobei ich auch sagen muss, Ben hat mich ein bisschen genervt. Also ich finde jetzt die drei Staffeln lang, ich finde selbst für mich als Erwachsenen, man konnte irgendwann, man hat so eine gewisse Bindung aufbauen können. Man konnte so ein bisschen connecten mit den Figuren, auch wenn es alles mehr oder weniger nervige Teenager waren. Oder sind, aber die sind ja durchaus über sich hinausgewachsen. Aber Ben ist ein bisschen, er hat mich schon, am Anfang hat er genervt, weil er so ein Dulli war und dann war er irgendwie kurz cool. Und dann wird er zu so einem Dinosaurier reitenden Rambo. Das ist, ich weiß nicht. Das hat mich so ein bisschen genervt. Wobei ich aber andersrum bei den anderen Charakteren das eigentlich ganz, ganz cool fand. Also die haben mir alle irgendwie gut gefallen. Da gab es für mich so einen der unlogischsten Momente. Also bei Darius, die sind seit sechs Monaten auf dieser Insel und jetzt auf einmal kommt er auf die Idee, ach, da ist ja noch das Elternhaus von mir. Gehen wir da hin? Du meinst Kenji. Kenji meinst du, nicht Darius. Ja, aber trotzdem, wenn du sechs Monate von Dinos gejagt wirst, das erste, worauf du kommen würdest, wäre, in dieses Luxushaus von den Eltern zu flüchten und da das erst mal auszusetzen. Und wir sind jetzt etwa für drei. Aber ja, das war auch mein Kritikpunkt. Aber wie sollen sie reinkommen? Die haben die, und das ist ja jetzt für Staffel 2 der Spoiler, die ist ja schon ein bisschen durch. Sie haben ja jetzt diese Schlüsselkarte, diese Universalkarte, mit der sind sie ja reingekommen. Klar hätte man eine Scheibe kaputt machen können, man wäre vielleicht irgendwie, man hätte es versuchen können, ja. Ist der Punkt, aber wie du es selber sagst, man wäre schon irgendwie in dieses Haus reingekommen, wenn man es schafft, mit quasi nichts ein riesen Baumhaus zu bauen. Vor allem die haben jetzt, die haben deutlich schlimmere Hindernisse bestanden. Die haben einen T-Rex ausgetrickst und sonst was. Aber jetzt da in eine Bude einbrechen geht, das kriegt so ein Jugendlicher nicht zustande. Das glaubst du wohl selber nicht. Ja, das stimmt. Da sind ein paar Logiklöcher. Klar hat die Serie das, aber immerhin, Kenji ist zum Mann geworden. Der hat Bartwuchs. Daran haben sie gedacht. Ist euch das aufgefallen? Ja. Ja, deswegen. Das erklärt vielleicht auch seine leicht nervige Ader in der Staffel. Ja, das stimmt. Er ist ein bisschen, ja, er braucht ein bisschen, um über sich hinaus zu wachsen. Aber wo wir gerade bei diesem, naja, Logiklücken, Logikfehlern sind, das ist schon, die Serie hatte das ja schon immer. Aber in der Staffel, oder vielleicht gerade, weil jetzt in der dritten Staffel das halt so weitergeht und wir halt nun mal auch keine Kinder sind, die, egal um welche Dinoart es geht, das wäre jetzt zu deutlich gespoilert, aber die asexuelle Fortpflanzung, die es in Jurassic Park schon gab und Jurassic Park ist in den 90ern, das ist ja schon eine ganze Weile her, die geht jetzt immer noch? Also haben die das nicht gelernt? Von Jurassic Park Fail auf Jurassic World Fail? Wieso können die sich in Jurassic World immer noch asexuell fortpflanzen? Das sind mittlerweile Jahrzehnte. Das ist wirklich, also klar, das Penthouse, ja, das ist halt so, okay. Dann wären sie im Penthouse gewesen in Staffel 2 und dann wäre trotzdem was schiefgegangen. Drehbuch. Aber ey, das mit diesem, was war das? Laubfrosch oder also Froschgehen? Weiß ich nicht, ey. Das ist halt Jurassic Park. Aber das ist nicht mit Jurassic World. Das ist schon. Bei den Wissenschaftlern, die in dem Jurassic World Universum rumtingeln und die ja sonst so bewandert sind, dass die das nicht in den Griff kriegen, das kaufe ich da auch nicht ab. Wo sie alles mit einem kreuzen, und wirklich, weil es cooler aussieht, dass sie das nicht unterbunden haben. Also, man hat uns ja bei Jurassic World die ganze Zeit weiß gemacht, man will nicht den Fehler von Jurassic Park wiederholen und was ist denn das für eine mobile Scheiße, dass du jetzt mit einem Jurassic Park-Shirt rumläufst. Aber den Fehler machen sie jetzt trotzdem wieder. Ja, das ist halt schon Quatsch. Und das hat mich halt genervt. Und auch der Dino, ich finde, ich würde sagen, wir sagen nicht, um welchen Dino es geht, weil das wäre vielleicht zu sehr im Spoiler-Bereich. Jurassic World-Zuschauer werden darauf aufmerksam, für die ist es nichts Neues, aber wir wollen es noch ein bisschen geheim halten. Aber das ist so, das ist der Punkt. Also, Jurassic World 2 ist ja sowieso für mich der Abgrund der Hölle. Und dieses, das, was da auftaucht, das hat es mir wirklich ein bisschen madig gemacht, weil es sieht teilweise viel zu menschlich aus. Es ist, oh Gott, nee, das war nicht gut. Also, bei meiner Tochter hat es gezogen, Gruselfaktor und so, aber nee. Ich finde, ein passender Vergleich ist der Hybrid aus Alien 4. Meinst du, am Ende das weiße Vieh? Das Kind von Ripley? Dieser Saurier, den wir hier sehen, der ist einfach pottenhässlich. Ja. Und, ja, ich weiß nicht. Also, weniger ist mehr, lieber Dr. Wu. Weniger ist mehr. Dürfen wir das jetzt hier erwähnen? Was denn? Dr. Wu, ich dachte, das wäre auch noch so. Spoiler nicht. Dr. Wu kreiert Dinosaurier. Ich finde, das ist jetzt kein Spoiler. Ja, das ist sowieso generell, was mit Dr. Wu in Jurassic World generell gemacht wurde, ist auch schmarrn, weil der ist so cool in Jurassic Park. Und auch, wenn da vielleicht die Nostalgie aus mir rausspricht. Aber, ähm ... Er ist auf einmal Dr. Frankenstein. Ja. Bevor wir gleich noch mal vielleicht zu den positiven Sachen oder auch wie schön die Serie tatsächlich aussieht, kommen. Blue aus Jurassic World. Jurassic World 2 fand ich kacke, Punkt. Jurassic World 1 finde ich okay. Ähm ... Aber diese ganze Velociraptoren-Klickertraining-Kacke nervt mich ja so auch abgrundtief. Und Blue, mein Gott, ja, er ist auf der Insel noch. Und er hat vielleicht, na ja, ich nenne es mal Cameo-Auftritt, vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Ähm ... Das ist auch kein großer Spoiler. Aber dieser Dino ist zu schlau. Das ist Quatsch, was da passiert. So, das ... Mann, das hat mich auch wieder so geärgert. Das weiß ich nicht. Also, das ist aber auch Kritikpunkt, den kannst du bei Jurassic World 1 und 2 ... Generell. ... einbringen. Ja, das ist generell, dass der halt zu einem Haustier degradiert wurde. Das kannst du generell ankreiden. Ja. Also, ich ... Als ich Jurassic World 1 das erste Mal gesehen habe, da war ich auch der Meinung, das ist ja wohl der letzte Humbug. Ähm ... Ich habe mir dann allerdings mal ein bisschen Gedanken über das ... Über diese Klickertraining-Thematik gemacht. Und kam zu dem Entschluss, auch heutzutage werden Raubkatzen etc. per Klickertraining in Anführungszeichen abgerichtet. Also, ich finde den ... Die Idee dahinter finde ich durchaus in Ordnung. Äh ... Ja, das ist ja jetzt auch aus Jurassic World 1. Aber das, wie Blue sich verhält jetzt in ... In dem ganz kleinen Mini-Outset, das ist das halt ... Darauf wollte ich gerade hinaus. Ach so, sorry. Ich ... Ich möchte die ... Ich möchte die Szene jetzt nicht zu sehr spoilern. Ja, ja. Aber im Verlauf der Szene kam mir öfters der Gedanke, okay, Blue kennt dieses ... Diese Thematik. Owen hat mit ihr das Gleiche getan, in gewisser Hinsicht. Deswegen finde ich es irgendwo tatsächlich legitim, dass diese Szene so abläuft, wie sie abläuft. Ähm ... Ob es die das jetzt aber wirklich gebraucht hätte, das ist natürlich die andere Frage. Am Ende ist es wahrscheinlich nur Fanservice. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und zwar Fanservice kombiniert einmal für die, die eher mit Jurassic World was anfangen können, oder die Jüngeren, die vielleicht auch nur damit aufgewachsen sind, und an alle Eltern bitte erst Jurassic Park gucken lassen. Und für uns halt die ... Naja, die Schmankkerl in Richtung Jurassic Park. Das war schon ... Das war schon cool. Also, ein bisschen Fanservice. Ich würde sagen, das war so minimal gehalten. Das kann man getrost ignorieren, wenn man es nicht mag. Das war wirklich so ... Ja. Blinze, man, du verpasst das Ding. Ja. In Relation zu gewissen anderen sich wiederholenden Motiven. Also, nimmt das hier relativ wenig Raum ein. Ja, das stimmt. Allgemein muss ich auch sagen, dass die Staffel tatsächlich einige echt coole Easter Eggs, vor allem hinsichtlich der Filme, eingebracht hat. Da war bei mir auf jeden Fall ab und zu Gänsehaut mit im Spiel. Ja. Hätte hier und da tatsächlich noch ein bisschen besser gelöst werden können, finde ich, als 1-zu-1-Kopien. Ich denke, ihr wisst vielleicht, welche Szene ich meine. Nee, auf mich wirkt das halt wirklich wie mit den Holzhämern manchmal eingämmert. So, ja, hier, wir brauchen jetzt eine Verbindung zu den Filmen. Mach das. Okay, hier, hier, hier. Das war in den Staffeln davor dezenter verwoben und eingestreut. Ja. Hier wirkt es echt so ein bisschen erzwungen. Dadurch ist es ein bisschen ungeschickt gelöst. Hätte man besser machen können. Und vor allem, wenn man so mit den Holzhämern hat, dann hätte man auch direkt die Brücke zu den Jurassic World 2 oder 3 schlagen können oder müssen. Ich finde, auch wenn wir viel meckern, ich hatte meinen Spaß. Das ist natürlich, man könnte natürlich jetzt noch weiter und das hat jede, jede Kinderserie, jede Zeichentrick, Animationsserie, was auch immer, hat diese Momente, ob jetzt jemand zu tief fällt und sich nicht verletzt, ob jetzt jemand wie in der Serie sich an einem Drahtseil abseilt mit den nackten Händen in einem Fahrstuhl schafft. Ich mir auch. Die wären fucking zerschnitten, die Hände. Mindest, liebe Kinder, falls ihr zuhört. Genau. Falls ihr zuhört, tut es nicht. Das wäre so ein geiles Zeitungsbericht, irgendwie, Kind stemmt Fahrstuhltür auf, weil es so sein möchte, Kinder aus der Serie. Da hätte es halt wirklich noch der Warnhinweis geführt, Kinder nicht zu Hause nachmachen. Ja, genau. Hallo, mein Name ist Darius, willkommen bei Jackass. Egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall macht sie Spaß. Mir hat sie tatsächlich Spaß gemacht. Kleine Frage, Animation ist besser nicht, aber auf gleich hohem Niveau, oder? Von den Dinos her vor allem. Wir haben ja immer so diese Diskrepanz erwähnt, die ist nach wie vor vorhanden. Es ist auf dem gleichen Level, nicht besser, nicht schlechter. Ja. Wahrscheinlich wurde das auch back to back produziert, Staffel zwei und drei. Ja, es lagen vier Monate dazwischen. Das macht die Annahme natürlich sehr groß. Stimmt, echt nur so wenig. Ich glaube, fast auf den Tag genau. Ich glaube, da war nur ein Tag des Skrepanz. Ich finde, falls es eine vierte Staffel geben sollte, wovon ich aktuell ausgehe, aber dazu können wir später gerne nochmal kommen. Finde ich, sollte man jetzt vielleicht mal ein bisschen die Grafikschraube drehen. Weil wir hatten ja, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir hatten ja in der Besprechung zur ersten Staffel, hatten wir ja auch mal das Thema angesprochen, meine ich, dass sich die Optik und die Animation zum Beispiel bei Serien wie diese Clone Wars mit Staffel zu Staffel verbessern. Und ich finde, wir sind jetzt hier bei einer dritten Staffel und es ist sehr gleichbleibend. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass es nicht schlechter wird. Keine Frage. Aber ich finde, in gewisser Hinsicht dürfte es durchaus mal ein bisschen besser werden. Vor allem diese Dynamik zwischen der Welt, sage ich mal, um es einfach auszudrücken, und den Sauriern. Weil sobald ein Saurier auftritt, merkt man einfach einen optischen Unterschied. Die sehen, gerade wenn es so Regen ist, also T-Rex im Regen, sieht schon fast so aus, sage ich mal, als würde man auf den T-Rex aus Jurassic Park gucken, wenn er dann animiert wurde. Weil, klar, dunkel und glänzend ist natürlich immer, dann macht es natürlich ein bisschen einfacher vom Look her. Aber das ist schon auf jeden Fall cool. Dennoch, und das Wasser übrigens, das gefällt mir auch. Das hat so ein bisschen so eine Eigenart auch. Aber es sieht, finde ich, super aus. Ja, und die, ja, die Umgebung, das Gras, so, und die, ja, die Texturen an sich, wenn man auch nah dran ist, gerade von den Bäumen und so. Ich meine, man kriegt die Dino-Haut so gut hin, und die Bäume sehen dann halt aus wie so ein, ja, wie so dahin geklatscht. Wie so ein 2010er Tomb Raider. Ja, ja, genau. Vor allem, wenn du das dann im Kontrast siehst, wie detailliert Bumpys Haut gemacht wurde. Ja. Und dann in Natur so eine Pappkulisse. Ich finde das halt immer, das ist ein schöner Vergleich, wenn man so eine Nahaufnahme von Bumpy sieht, die jetzt, alles ist aber nicht mehr klein. Mhm. Dann, und Ben daneben steht, das ist wie zwei Welten. Ja. Vor allem hat Ben auch dann die abgehakteren Bewegungen, während Bumpy sich halt bewegt, wie ein großes Tier. Also, da ist schon alle ein Bewegungsablauf. Liegt da auch irgendwo eine Abstufung? Bei Ben ist es egal, der kann sich auch wie so eine Puppe bewegen. Bumpy läuft flüssig. Ja. Aber ich denke, kein Kind der Welt würde sagen, die Animation, na, wir sind aber nicht im Verhältnis zu den Dinosauriern. Ich würde sagen, wo wir schon bei den Dinos sind, was sagt ihr zu den Dinos in der Staffel? Cool. Beziehungsweise, also die sind, ich mag, ich bin sowieso Dino-Fan, irgendwie mag ich alle Dinos, aber diese blöden Flugdinos, die, das hat mich, genau, das hat mich bei den, bei den Jurassic World 1 auch schon genervt. Nicht nur, das ist halt ein T-Rex-Kopf auf einem Huhn und ich weiß nicht, das sieht halt irgendwie doof aus. Das tut mir leid und das ist wahrscheinlich irgendwie Bodyshaming bei Dinos, aber ich finde, das sieht einfach voll scheiße aus. Aber an sich, coole, coole Dinos, auch die neuen, die aufgetaucht sind, mag ich alle sehr. Das hat sich organisch eingefügt, aber auch da hätte ich ein bisschen mehr auch Erforschung der neuen Dinos gesehen. Ich weiß, ich prügele in fast jeden Cast an, irgendwie hätten sie auch die Insel mehr erforschen können. Oder auch die Dinos mehr studieren können, das hatten sie in der Vorgängerstaffel ja durchaus gemacht, auch wenn es da um den Tod ging. Hier war es, es war okay, diese Flugdinos, die haben seit Jurassic Park 3 immer wieder sowas leicht bedrohliches. Hier haben sie ab und zu mal den Vogel abgeschossen, im wahrsten Sinne. Indem sie fast schon wie so eine Art Terminator, so hartnäckig an den Kids geklebt sind. Die Flugdinos, wir haben es geschafft, Dino bricht durch irgendein Dach. Ja, stimmt. Es war fast eine T-1000 unter den Dinos. Ja, aber ansonsten abgesehen von diesem einen Dino, über den wir schon gesprochen haben, finde ich, mag ich das eigentlich alles gerne. Man hat auch aus, war das Jurassic, die Staffel 1, da gab es ja diese luminisierenden Dinos aufgrund von Gentechnik. Ja, Parasaurolophus. Genau, und die, ich mag das, also es ist, mein Gott, da werden Dinos geklont und genetisch manipuliert, dann dürfen die das auch klonen, von irgendwelchen Quallen gehen oder Frosch gehen, was weiß ich, welche Tiere noch leuchten. Ja, ich meine, es ist ja auch in der Tierzucht traurigerweise gang und gäbe, dass man irgendwas hinzumischt, damit irgendein Hund größere Ohren hat oder so. Also, der Gedankengang passt natürlich ins Setting, also das kann man nicht abstreiten. Es ist genau so wie mit den kopierten Ohren und Schwänzen bei Hunden, das ist auch was, wo ich sage, ach nee, das arme Tier, hätte in Dinosfernsehen dann nicht anders gewesen sein. Ja, eben, deswegen da Dr. Wu ja eh nun mal leider zum mehr oder weniger Schurken im World-Universum geworden ist, klar, experimentiert er, der noch wilder rum und will noch, er will ja immer höher weiter, er will ja wirklich hoch hinaus und dann auch noch viel Geld damit machen. Und ich finde das alles ganz cool und auch die Dinos, die wir gesehen haben und auch die, die immer wiederkehren, mag ich umso mehr, desto besser, quasi. Ja. Außer es ist Blue, dann meckerst du dann wieder rum, schon klar. Nee, ich mecker nicht an Raptoren. Ja, Blue soll nicht wiederkehren. Wir benutzen Raptoren sind seit Anbeginn meine Lieblingsdinos, das möchte ich dir jetzt mal sagen. Okay. Ich mag Raptoren, aber ich mag nicht Blue. Falls du zuhörst, Blue, ich hasse dich. Toll, jetzt wird der von Delta gemobbt. Eben. Ja, generell, also es wird keinen wundern, es gibt die Evergreens, T-Rex, Velociraptor, Triceratops, Brachiosaurus, die sind einfach immer da. Die sind natürlich auch die, ja, die Eyecatcher und Fanlieblinge. Generell, was ich aber an der Serie wirklich schön finde, das habe ich bisher in jeder Staffel gesagt und das tue ich auch jetzt. Es ist super schön, dass hier Saurier in den Fokus gerückt werden, die in den Filmen eventuell niemals eine Chance haben werden. So war es in Staffel 1 mit dem Kanotaurus, so war es in Staffel 2 mit den Baryonyx. Ich muss allerdings sagen, dass mir das in dieser Staffel tatsächlich ein bisschen gefehlt hat. Wir haben natürlich dieses Subjekt, um das es natürlich im Großen und Ganzen geht und wir haben auch mit dem Monolophosaurus, ein Saurier, der in den Filmen oder bisher nur in der Randerscheinung, ja, bisher nur in der Randerscheinung war. Der kriegt hier natürlich seinen Auftritt, aber so wirklich im Fokus war davon keiner, fand ich, bis auf vielleicht mal eine Folge oder anderthalb, weil einfach wieder ein Hybrid im Mittelpunkt stand. Es ist nicht nur das, das Thema ist ja eigentlich, die Clique will runter von der Insel und immer kurz bevor es so ist, dann kommt irgendwas dazwischen und dadurch ist gar nicht mal mehr der Fokus auf Insel Erkundung, sondern, oh, irgendwas kommt der Clique wieder in die Quere. Das ist das, wo wir uns vorhin schon so aufgezogen haben. Irgendwas war dann immer dazwischen. Irgendwas hat verhindert, dass wir da mehr Dinos gesehen haben, dass wir Dinos in ihrem normalen Lebensraum gesehen haben. All das wirkt, all diese Hindernisse wirkten nie aufgesetzt und haben die Stärken der Serie, die wir bisher ein bisschen mehr mochten, verwässert. Ja, ich finde zum Beispiel Dramaturgie würde innerhalb der Serie teilweise deutlich besser funktionieren, wenn man vielleicht ein bis zwei Folgen lang, ja, was Positives hätte oder vielleicht einfach wirklich, ja, klingt jetzt wie ein Schulfach, aber wenn man Dino-Kunde hätte oder auch Landschaftskunde, also, ich meine, wir haben jetzt schon mehr von der Isla Nubla gesehen als in den Filmen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Nebeneffekt und sofern ich das bisher beurteilen kann, ist es auch relativ nah am Landscape, also, dass es schon in Ordnung was gemacht wird. Aber es passiert jede Folge irgendwas anderes. Es erinnerte mich teilweise schon an die erste Shuffle von Supernatural, das Monster of the Week und ich finde, wenn man da mal irgendwie ein bisschen den Gang zurücklegt, würde in späteren Folgen die Dramaturgie deutlich effektiver zur Geltung kommen, weil es dann einfach wieder was Besonderes wäre im Vergleich zum jetzigen, dass man in jeder Folge irgendwas Krasses am Start hat. Das zieht sich ja durch die letzten fünf Folgen gefühlt, dass dann immer irgendwas kommt, dass dann immer irgendwas das Verlassen der Insel verhindert. Das Ende wirkte auf mich auch recht antiklimaktisch. Bei Staffel 1 und 2 hatten wir den deutlich besseren Cut gehabt, den deutlich besseren Cliffhanger. Bei Staffel 3 saß ich am Ende da und dachte, okay, vorbei. Und jetzt? Gib mir mehr. Gib mir mehr und vor allem gib mir einen besseren Cliffhanger. Ja. So funktionieren Serien über bessere Cliffhanger. Der Staffel 3 Cliffhanger ist jetzt nichts, wo du ungeduldig die Tage ziehst und sagst, oh, ich will jetzt mehr, sondern okay. Okay. Ich würde sagen, wir kommen auch so langsam zum Fazit, weil wir bald die 30-Minuten-Marke knacken. Wie gesagt, ich habe jetzt viel gemeckert und gejammert, aber da sind halt nur so ein paar Kleinigkeiten. Und wie gesagt, wir erwähnen ja oft genug, dass das eine Kinderserie ist. Und für eine Kinderserie, und ich habe teilweise, ich glaube, die erste Staffel auf jeden Fall ohne irgendwie Beisein meiner Tochter geguckt und die anderen beiden zusammen. Und auch alleine hatte ich Spaß. Ich habe die dritte Staffel erstmal alleine angefangen morgens und auch da hatte ich meinen Spaß. Ich finde, wie gesagt, so wie die Charaktere eingeführt wurden, ganz am Anfang waren sich halt super nervig. Und das sollten sie anscheinend auch sein. Und ich finde, man wächst so ein bisschen mit denen mit und hat irgendwie seinen Spaß und auch die Spannung dabei. Ja, es ist eine Kinderserie. Natürlich ist das nicht Game of Thrones so. Natürlich wird da nicht einer nach dem anderen abgeschlachtet. Deswegen, aber das weiß man ja auch. Und wenn da, keine Ahnung, irgendwie ein Triceratops einen Giftstachel abbekommt und umkippt und jemand menschliches drei Stacheln abbekommt und irgendwie eine Folge Zeit hat, gerettet zu werden, ja, fuck it, dann ist das halt so. Deswegen ist es schon in Ordnung, es hat mir viel Spaß gemacht. Mehr Sachen, die mich nerven als vorher, dennoch hatte ich meinen Spaß. Definitiv. Wie viele Raptor-Clone würdest du vergeben? Sieben. Also dreieinhalb von fünf. Ich bin immer bei zehn. Dreieinhalb von fünf. Patrick, wie viele Raptor-Clone würdest du vergeben? Ich bin bei dreieinhalb von fünf. Ich finde, dass der Serie, das in der Staffel drei besonders auf die Füße gefallen ist, in den Momenten, wo man das der Jurassic World Mythologie angleichen wollte und sich dann dadurch ein bisschen mehr den Blockbuster-Mechanismen bedient hat oder auch den Serienmechanismen hinsichtlich von dem Frustfaktor. Da hatte das fast schon einen kindlichen Walking-Dead-Level. Aber gerade bei Kindern sollte man ein bisschen die Balance haben, wie viel Frust man einem Kind zumuten kann. Es gab auch so ein paar heftige Stellen für Kinder. Gerade mit dem viel, das wir nicht erwähnen. Da haben sie vielleicht ... Weiß wahrscheinlich eh schon jeder, was es ist, aber ist ja egal. Aus all diesen Mechanismen und auch, dass die Charaktere nicht mehr ganz so wie dieses eingespielte Team sind, dass sie noch in Staffel zwei waren. Und man bei all diesen Faktoren nicht mehr ganz so mitgegangen ist, sind es halt nur noch drei von fünf Punkte. Aber man guckt es gerne durch. Aber diese Mehrfolgen machen sich für mich auch irgendwie so ein bisschen in der Länge bemerkbar. Ja. Ja, ich würde mich auch so bei dreieinhalb von fünf Raptor-Clown einordnen. Ich hatte wieder sehr viel Spaß mit der Staffel. Wie jetzt hier auch schon gesagt oder auch von euch gesagt, Es gibt tatsächlich Schwachpunkte, die es in den Staffeln davor nicht gab. Und das finde ich extrem schade. Es gibt, ja, in Anführungszeichen große Plotholes, die teilweise schon echt dämlich waren. Auch wenn es eine Kinderserie ist, aber manche Sachen sind einfach zu dämlich. Das ist einfach so. Das kann man leider nicht anders ausdrücken. Ich finde, auf der anderen Seite, wir kriegen ein schönes Bindeglied, also erneut ein schönes Bindeglied zu den Filmen. Es wird immer mehr bemerkbar, dass wir hier einfach das vielleicht fehlende Puzzlestück immer mehr bekommen, was die Filme teilweise ein bisschen sinniger oder logischer erscheinen lässt, von Handlungsweisen diverser Charaktere her. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, beziehungsweise vielleicht würde ich es mir auch wünschen, auf jeden Fall, dass wir vielleicht sogar die Serie, dass die Serie uns begleiten wird, bis Jurassic World Dominion erscheinen wird. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Serie einen anhaltenden Erfolg haben wird, dass man diesen Schritt gehen wird. Dass man auch dahingehend zum dritten und eventuell letzten Jurassic Park-World-Film, dass man da in die Richtung auch nochmal gehen möchte, um verschiedene Sachen aufzuklären, ein Bindeglied zu bilden und vielleicht nochmal ein paar Sachen zu erklären oder ein paar Sachen mehr Tiefe zu geben. Ich hoffe mir für eine eventuell vierte Staffel, dass wir ein bisschen an der Grafikschraube drehen, einfach damit die Umwelt und die Saurier ein bisschen angeglichener werden, was die Optik angeht, weil es einfach, wie wir hier auch schon gesagt haben, teilweise sehr prägnant auffällt, dass die Saurier in gewissen Szenen schon fast fotorealistisch wirken, während die restlichen Animationen halt, ja, auf ihrem Level bleiben. Aber insgesamt würde ich sagen, dass es durchaus eine sehr spannende und auch spaßige Staffel war, wenn man über ein paar, ja, Knackpunkte hinwegsehen kann. Ich finde es aus meiner Sicht schön, dass wir ein paar Horrorszenen mit drin haben, allerdings frage ich mich erneut, ob das in der Serie ab sechs Jahren auch wirklich sein muss. Ja, kann jetzt jeder sehen, wie er will. Ich habe als Kind auch Sachen geguckt, die ich vielleicht nicht gucken sollte. Wer kennt es nicht? Also ich bin da jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel aus Sicht eines Kindes, aber manche Szenen können durchaus verstörend wirken, je nach Kind. Ja, je nachdem, wie angstbehaftet es bei Filmen und Serien ist. Genau. Ich muss dir aber in einer Hinsicht widersprechen. Ich hoffe nicht, dass es noch möglichst viele Staffeln gibt. Gerade Staffel 3 hat in vielen Punkten quasi immer wieder gesagt, das wird jetzt die letzte Mission, das wird jetzt die letzte Mission. Wenn sie das jetzt noch zwei, drei Staffeln ausreizen. Ja gut, vielleicht muss ich mich anders ausdrücken. Ich fände es schön, wenn wir so viele Staffeln noch bekommen würden. Es muss aber nicht zwingend mit dieser Clique sein. Okay. Okay. Ja. Weil hier vielleicht ist es halt echt so, ja, wir müssen das Abenteuer jetzt noch auf den letzten Meter auskosten. Dann kriegst du das, dann Hindernis, das Hindernis. Und mit der Clique gebe ich der Serie noch eine Staffel. Und dann würde ich mir wünschen, dass man diese Clique vielleicht auch als nettes Bindeglied dann in Jurassic World 3 dann auch sieht. Einfach. Das wäre geil. Also das finde ich tatsächlich cool. Das wäre der einzige Grund, weshalb dieser Film noch irgendwo eine Chance bei mir hatte. Genau. Und so ein bisschen wie bei Sam Neill eine Chance. Ja, stimmt. Ja, ein bisschen wie bei Digimon damals. Da kamen dann auch die kleineren rein und die größeren waren schon voll erfahren und so. Aber ist egal, lass uns Feierabend machen. Falsches Thema. An dieser Stelle noch kurz Eigenwerbung. Falls ihr Lust habt, ich habe auf meinem Blog www.renesnerdcave.de auch eine Kritik zur dritten Staffel, genauso wie zu Staffel 1 und 2 geschrieben. Also wenn ihr Bock habt, nochmal über die Serie zu lesen, dann klickt euch sehr gerne rein. Okay. Und ansonsten habt ihr noch was zu erwähnen? Nö. Nö. Alles klar. Dann bedanke ich mich wie immer herzlich bei meinen zwei liebsten Hobby-Paleontologen. Ich hoffe, die Zuhörer haben immer noch so viel Bock auf Dinos wie wir. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Dino-Output. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.